Mord und Totschlag Das fasziniert die Menschen, die meisten. Mich nicht, weil ich immer schon eine, wie soll man's nennen, eine regelrechte Phobie gegen jegliche Art des Tötens gehabt habe. Das Töten im Krieg, bei sinnlosen Unfällen und durch Mord. Die Brautjungfer Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Ruth Rendell Hörspielbearbeitung Betty Davis Teil 1 Aber ich wollte an diesem Tag nicht schon wieder Theater darum machen. Und so habe ich die Nachrichten mit dem Rest der Familie angesehen. Dann Nordirland, Bosnien, Angola, dann ein Zugunglück in Frankreich. Und schließlich Rebecca Neve. Die Polizei hat die Bevölkerung um Mithilfe im Fall der verschwundenen Rebecca Neve gebeten. Bisher gibt es noch keine Hinweise. Die 23-jährige Londonerin wird seit Dienstag vermisst. Die wissen genau, dass sie umgebracht worden ist. Sie hat einen grünen Niki-Trainingsanzug und weißen Sportschuhen bekleidet. Auf einer Pressekonferenz heute Nachmittag hat sich die Mutter des Mädchens an die Öffentlichkeit gewandt. Ich bin überzeugt, dass Rebecca an dem betreffenden Abend verabredet war. Sie suchte einen Job als Babysitterin und jemand hat auf ihre Anzeige hin angerufen. Jemand, den sie dann getroffen hat. Mein Gott, die arme Frau. Ich wende mich an alle, die irgendetwas wissen können. Was die mitmacht, wenn ich mir vorstelle, das würde mir passieren. Lass es mal. Können wir das jetzt ausmachen? Ja, von mir aus. Dass du immer gleich so empfindlich sein musst, Philipp, bei diesen Dingen. Ich verstehe ihn schon. Aber immerhin bin ich mit ihr zur Schule gegangen. Können die aber auch nicht mal von erfreulicheren Sachen berichten? Es muss doch irgendwo was Erfreuliches passieren. Hervorragende Idee. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Liste von Leuten, die Autounfälle hatten und mit dem Leben davon gekommen sind? Ach, Philipp. Wann werden wir morgen erwartet? Richtig, nur immer schön das Thema wechseln. Jared hat gemeint gegen Sex. Ich habe eine Bitte an euch. Könnt ihr einen Augenblick mit in den Garten kommen? Ach, wozu denn? Ich brauche euren Rat. Wofür? Wegen Flora. Flora war eine römische Statue. Ungefähr einen Meter groß. Sie stand bei uns im Garten, solange ich zurückdenken kann. Erst in unserem großen Garten in Barnett, dann, nach Daddies Tod, in unserem lächerlich kleinen Cricklewood-Garten. Mom strich Flora zärtlich über den Kopf wie ein Kind. Was würdet ihr sagen, wenn ich sie Jared schenke? Wie bitte? Man verschenkt doch nicht einfach Statuen. Warum eigentlich nicht, wenn jemand Sinn dafür hat? Neulich beim Abendessen, als ihr nicht da wart, da sagte er, wie sehr sie ihm gefällt. Dass sie ihn an mich erinnert. Man schenkt Leuten Schokolade oder eine Flasche Wein. Hat er mir ja auch mitgebracht, eine Flasche Wein. Übrigens finde ich nicht, dass sie mir ähnlich sieht. Mich hat sie immer an eine Brautjungfer erinnert. Wahrscheinlich wegen des Straußes, den sie in der Hand hält. Das ist Weißdorn. Sie ist die Frühlingsgöttin, deshalb. Sie kam mir hier immer irgendwie verloren vor. Fast albern. Albern? Ach, ich habe es eigentlich umgekehrt gemeint, dass alles übrige albern aussieht, im Vergleich zu ihr. Wie Champagner in einem Plastikbecher. Ha, genau, Philipp. Wenn du unbedingt willst, verschenk sie doch. Sie gehört dir. Du hast sie von Dad bekommen. Ja, aber ich denke dabei eben auch an uns alle. Jedenfalls hat Gerald einen sehr hübschen Garten. Und ich finde, Flora steht ein angemessener Rahmen zu. Dann nehmen wir sie doch morgen einfach mit. Die Geschichte mit Flora schien damals keine besondere Rolle zu spielen. Es war keine lebenswichtige Entscheidung, wie heiraten und eine Familie gründen oder sich einer gefährlichen Operation unterziehen. Aber in gewisser Hinsicht lag die Sache dann doch genau auf dieser Ebene. Hallo, Hardy. Ja, 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 schon gut, schon gut, schon gut. Wir werden ihn morgen in die Küche sperren müssen. Kann er denn nicht mitkommen? Jared kann Hunde nicht ausstehen. Ach, nein? Er ist bestimmt nicht schlecht zu Tieren. Aber er macht sich halt nichts aus ihnen. Ich habe es gleich bemerkt, als er neulich hier war. Flora erinnert mich daran, dass Rebecca Neve auch mal einen Mädchenkopf gemacht hat. Was willst du denn damit sagen, um Himmels Willen? Nichts. Fiel mir nur gerade ein. In der Töpferklasse. Aber sie musste ihn wieder zerschlagen. Die Lehrerin wollte unbedingt Pötte. Und jetzt liegt sie wahrscheinlich irgendwo tot in einem Gebüsch. Und davon bist du nun fasziniert. Ja, fasziniert sich ja nicht gerade. Aber irgendwie beschäftigt es uns doch wohl alle. Mord und Verbrechen. Ja, vielleicht, ja, weil jeder von uns einen Mord begehen könnte. Wer einem anderen schon mal wirklich ans Leder wollte, ist im Prinzip auch im Stand, ihn umzubringen. Also ich nicht. Ach ja. Das ist ihm doch weh. Ja. Unser Brüderchen will es eben nicht wahrhaben, dass die Menschen eine böse Seite haben. Am nächsten Abend verließen wir unter dem vorwurfsvollen Gebell des heingesperrten Hardy zusammen das Haus. Ich trug die in Plastik hüllte Flora. Und sie hatte ein ganz ordentliches Gewicht. Ich bin etwas nervös. Ich hoffe, er mögt ihn. Hör auf damit, Mom. Viel spannender, ob er uns mögen wird. Na, was denn sonst? Sei doch nicht komisch. Angenehme Gegend, wie? Und ein hübsches Haus. Na, sehr. Ein Jammer, dass er es verkaufen muss. Und warum muss er es verkaufen? Wohl, um seine Frau abzufinden. Ich dachte, die ist tot. Oh, Christine. Hallo. Das ist meine Familie, Jared. Ja. Fiona, die älteste Fee genannt. Du weißt schon, die, die demnächst heiraten hat. Hallo. Und Philipp, der in einem Büro für Innenarchitektur arbeitet. Hallo, Sir. Und Cheryl, gerade der Schule entronnen. Hi. Hallo. Und wer ist das? Du musst dich doch an sie erinnern. Flora aus meinem Garten. Sie hat dir gefallen. Also habe ich sie dir mitgebracht. Sie gehört dir. Wie reizend von dir. Aber kommen Sie doch bitte alle herein. Wir müssen einen Platz für Flora suchen, nicht wahr? Der Garten liegt auf der anderen Seite. Wollen Sie sie dorthin stellen, Philipp? Sie muss ja eine Tonne wiegen. Na, der perfekte Platz. Ich habe es doch gewusst. Eine Schande, dass es nur ein Provisorium ist. Aber du wirst sie ja mitnehmen, wenn du umziehst. Natürlich. Natürlich. Und dein nächster Garten, wo auch immer, wird sich vermutlich auch sehen lassen können. Das hoffe ich. Das hoffe ich doch. Tja, gehen wir doch hinein und trinken etwas. Danach würde ich sie alle gern zu einem Essen ausführen. Vorzügliche Idee. Naja, wie man es nimmt. Wir haben uns alle in seinen Jaguar gequetscht und er hat uns ins nächstbeste Steakhouse verfrachtet. Und Fee konnte es nicht lassen, wieder von Rebecca Neve anzufangen. Angeblich haben Sie inzwischen jemanden in der Mangel, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Bestimmt, Ihr Boyfriend. Wenn eine Frau ermordet wird, halten Sie sich immer erst mal an den Ehemann oder an den Freund. Schrecklich, oder? Wen interessieren diese Geschichten überhaupt? Wahrscheinlich haben Sie Ihre Leiche längst gefunden und sagen nur nichts. Weil Sie noch darauf warten, dass Ihnen jemand in die Falle geht. Das käme spätestens bei der gerichtlichen Untersuchung heraus. Das gibt es nicht in diesem Land, da ist die Polizei etwas verheimlicht. Machen Sie Witze? Cheryl, ja. Erzähl mir von Flora, Christine. Woher hast du sie? Tja, von meinem Mann. Ich habe sie auf unserer Hochzeitsreise in Florenz im Fenster eines Antiquitätenladens entdeckt und fand sie hinreißend. Den Rest soll Cheryl erzählen. So wie sie es von ihrem Vater hat. Muss das sein? Bitte. Na, Mom hat gemeint, dass sie ein Vermögen kostet. Aber über Geld hat Dad nicht gern diskutiert. Er hat gefunden, dass sie Mom ähnlich sagt. Kann ich nicht finden, Sie? Etwas vielleicht. Jedenfalls war das der Grund, dass sie Dad gefiel. Er hat gesagt, pass auf, wir schließen eine Wette ab. Ich sage, es ist eine Venus. Und wenn ich Unrecht habe, kaufe ich sie dir. Dad war ein Spieler. Die Hochzeitsreise hat er aus seinen Derby-Gewinnen bezahlt. Also eine Venus war es dann nicht, sondern eine Flora. Eine Miniaturkopie von der aus der Farnese-Sammlung. Da ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als sie zu kaufen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich sie nicht annehmen darf. Es ist ein viel zu kostbares Geschenk. Aber sie soll dir gehören. Bitte, Jared. Es liegt mir daran. Sie soll bei dir stehen. Und damit war die Sache erledigt. Jared konnte nach dem Kellner rufen und um die Rechnung bitten. Ich hatte angenommen, er würde uns an seiner nächsten Bahnstation, Buckhurst Hill, absetzen. Aber er brachte uns bis zu unserer Haustür. Ich dachte, man lässt die beiden besser noch einen Augenblick allein. Der Jaguar ist super. Wie fandet ihr Jared? Na ja. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Oh, das war aber ein kurzer Abschied. Na? Was, na? Mochtet ihr ihn? Philipp! Er scheint sehr nett zu sein. Ja. Vermutlich okay. Dürfte aber ein ganzes Stück älter sein als Dad, wie? Er ist 51. Ich habe mich übrigens geirrt. Inwiefern? Na, ich hatte ihm beim letzten Mal gesagt, ich möchte, dass er euch kennenlernt. Und er hat gelächelt und gesagt, gern, wie es mit Samstag wäre. Da habe ich gedacht, er meinte wir alle. Aber er meinte nur mich. Woher weißt du das? Na, weil ein kleiner Tisch für zwei gedeckt war. Ich habe es bemerkt, als wir reingingen. Aber ist doch egal. Es war doch ein netter Abend. Und wann habt ihr euer nächstes Rendezvous? Nicht so bald. Er fliegt nächste Woche erstmal nach Amerika geschäftlich. Für wie lang? Ich glaube vier Wochen. Ich glaube vier Wochen. Wie lang, hat sie gesagt, wollte er weg sein? Vier Wochen. Eben. Und jetzt sind es bald vier Monate. Für eine Geschäftsreise ganz schön lang. Und in der ganzen Zeit eine einzige Postkarte. Und irgendwann ist er auch noch umgezogen und hat ihr nichts gesagt. Und ich habe schon gedacht, vielleicht gibt es im Mai eine Doppelhochzeit. Darren und ich und Mom und Jared. Phil, bist du noch mit Jenny zusammen? Hm. Nein. Ach, schade. Weil ich sie gern gefragt hätte, ob sie eine von meinen Brautjungfern macht. Tja, wir haben uns nicht mal gestritten oder sowas. Sind nur allmählich auseinander gedriftet. Dann muss ich Senta fragen. Wer ist Senta? Eine Cousine von Darren. Also Senta und Janice und Cheryl und Stephanie. Die übrigens bestimmt dein Typ ist. Phil. Ja? Findest du nicht, er hätte zumindest Flora zurückgeben müssen? Wie? Sie ist schließlich kein Gartenzwerg aus Plastik. Auch wenn er sich das mit Mom anders überlegt hat, kann er sich nicht einfach Flora unter den Nagel reißen. Ich glaube ja, Mom hat wirklich gedacht, er will sie heiraten. Kommt mir auch so vor. Bestimmt. Kennst ja Mom. Bis die sich auf einen Mann einlässt und sie hat sich eingelassen. Also, sie hat mir es sozusagen im Vertrauen erzählt. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich es dir nicht sagen darf. Was hat sie denn erzählt? Dass sie miteinander geschlafen haben. Und warum hat sie dir das gesteckt? Ja, es war zufällig. Ich habe über Sentas Mutter, vielmehr Stiefmutter, gequatscht. Die hat eine Affäre nach der anderen. Ihr neuster Liebhaber ist noch keine 30. Bei der Gelegenheit ist sie damit herausgerückt. Ausgerechnet Mom. Sie bringt doch solche Sachen sonst nicht über die Lippen. Sie hat gesagt, ich hatte mit Jared auch eine Affäre. Naja, das eine Mal. Du weißt ja, wie komisch sie sich manchmal ausdrückt. Jedenfalls war sie deshalb so fest überzeugt davon, dass er sie heiratet hat. Aber es ist doch... Ja klar, jede andere Frau, die nicht mehr ganz jung und naiv ist, denkt genau das Gegenteil. Aber Mom... Die Sache hatte mich irritiert. Irgendwie fand ich mich plötzlich in der Position eines besorgten Vaters. Mom war das Kind, das verführt und verlassen worden war. Ich versuchte nicht weiter daran zu denken, aber mit wenig Erfolg. Und dann passierte etwas, was die Lage entscheidend veränderte. Philipp, ich hab für morgen einen Termin für dich. Eine Kundin, die ein Schlafzimmer in ein zweites Bad umbauen möchte. Okay, und wo? In Chickwell, eine Mrs. Whipple. Nach allem, was ich höre, eine ziemliche Schreckschraube. Chickwell? Aber du bist schon fertig mit ihr. Lass deinen Charme spielen. Mach ich. Chickwell, das ist doch gleich hinter Buckhurst Hill, oder? Ja, warum? Ach, ich kannte dort jemanden, der da wohnte. Gut, dann also Bad und Waschbecken Champagnerfarben, die Deckplatten in Marmor und die Wände in abwechslend schwarzen und goldenen Kacheln. Richtig. Das dürfte wirklich recht attraktiv aussehen, Mrs. Whipple. Das hoffe ich auch. Ich bin überzeugt davon. Muss es ja zu dem Preis. Vorsicht mit dem Fernrohr, wenn Sie da am Fenster herum messen. Es hat ein Vermögen gekostet. Ich passe schon auf. Schön. Dann messen Sie jetzt. Sie wollte ein Doppelfenster. Ich nahm Maß, öffnete den Griff und sah hinaus. Der Blick ging auf die rückwärtigen Gärten der angrenzenden Häuser. Es wirkte alles sehr hübsch. Die Bäume schlugen aus, die Tulpen blühten. Mein Blick blieb an einer Statue hängen, die mir vertraut schien. Aber das konnte doch nicht sein. Sie war auch zu weit weg, um es sicher zu sagen. Bis mir das Fernrohr einfiel. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist Flora. Haben Sie die gerufen? Nein, nein, es ist nichts. Sie war bedeckt mit Blütenblättern des Weißdorns, unter dem sie passenderweise stand. Aber in ihrem Hals war unverkennbar der grüne Fleck, den sie schon immer hatte. Und genauso die Narbe an ihrem linken Ohr. Die hatte ich ihr mit meiner Schleuder zugefügt, als ich zehn war. Mein Vater hatte mir für drei Wochen das Taschengeld gekürzt. Und da dämmerte mir, dass ich auf Jared Arnhems neues Haus sah. Na, sind Sie fertig? Ja, ich schicke Ihnen den Entwurf mit den Details und wir sehen uns dann wieder, wenn es mit dem Umbau losgeht. Und das dürfte wann sein? Nächstes Jahr? Oh nein, höchstens in ein paar Wochen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich fuhr nicht gleich nach Hause, sondern einmal ums Carré, um Jareds Haus von vorn zu sehen. Aus einem der unteren Fenster sah eine hübsche, große, dunkelhaarige Frau heraus. Jünger als Mom. Während ich sie beobachtete, strich sie sich das Haar aus der Stirn und ich bemerkte einen Ehering an ihrer linken Hand. Also hatte Jared Arnhem wieder geheiratet. Scheißkerl. So ein mieser Typ. Wut schoss in mir hoch. Ich hasste den Mann. Mom hätte in diesem Haus, in diesem Garten leben müssen. Ich fuhr nicht gleich weiter. Dann hörte ich einen Wagen starten. Er kam aus Arnhems Einfahrt und fuhr an mir vorbei. Am Steuer saß sie. Seine Frau. Es war ein kleiner Stadtwagen, nicht der Jaguar. Möglicherweise war er damit ins Büro gefahren. Plötzlich wurde mir klar, dass das Haus ja leer stehen musste. Hallo, Flora. Erinnerst du dich? Es war seltsam. Sie war mir mein Leben lang vertraut gewesen. Aber jetzt schien ich sie zum ersten Mal wirklich zu sehen. Und ich entdeckte, wie schön sie war. Und dass sie meiner Mutter tatsächlich nichts sehr ähnlich sah. Mom war auf ihre Weise immer noch eine attraktive Frau. So, aber anders. Flora war verführerisch, blutjung und schien mir so lebendig wie ein Mädchen von nebenan. Plötzlich schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich mich in eine Frau wie Flora auf der Stelle verlieben würde. Flora, ich nehme dich mit nach Hause. Hey, junger Mann, was machen Sie hier eigentlich? Oh mein Gott. Alles ging gut. Niemand war mir gefolgt. Nur, wo sollte ich Flora lassen? Ich konnte sie nicht gut in unseren Garten zurückstellen. Das hätte ein zu großes Theater mit Mom gegeben. Na, dann kommst du eben mit in mein Zimmer, bis ich mir was anderes ausgedacht habe. Jetzt die Brautjungfern, bitte. Ein Foto von den Damen. Die vier Mädchen gruppierten sich um Fee herum. Sie trugen ziemlich scheußliche Kleider, gebauschte Tüllröcke mit orangenen Punkten und Puffärmeln und sahen eher grotesk aus. Bis auf eine. Und dazu ein charmantes Lächeln, wenn ich bitten darf. Zanta, das musste Zanta sein. Obwohl sie nicht wie eine Cousine von Darren aussah. Sie sah nach niemandes Cousine aus. Nur einfach umwerfend. Danke. Das war das Letzte. Sie hatte auffallend weiße Haut, so weiß wie das Innere einer Muschel. Und ihre Lippen waren ebenfalls völlig blass. Dazu lang und glatt und weich, silbernes Haar. Und ihr Gesicht? Es war das Gesicht von Flora. Oh, machen Sie bitte noch ein Bild von mir mit ihm, ja? Das ist so ein süßer Kerl. Komm, komm, Hardy. Nein, nein, passiert nichts. Er ist frisch gewaschen. Stimmt's? Hardy, komm. So. So. Das ist ja ein origineller Hund. Traf. Mit orangenen Flecken. Ideal zu ihrem Kleid. Haben Sie ihm die absichtlich verpasst? Nein, die hat er abgekriegt, als Cheryl ihr Haar färbte. Und dann gingen sie nicht raus, als meine Mutter ihn später gebadet hat. Und ich habe ihn schon für eine ausgefallene Züchtung gehalten. Sind Sie Fees Bruder? Bin ich. Philipp? Ja. Und ich bin Santa Pelham. Die erste Santa meines Lebens. Ich bin noch nie einer begegnet. Ja, man trifft sie meistens nur bei Wagner. Entschuldigung. Philipp! Ja, Mom? Die beiden Wagen zur Kirche für mich und deine Tanten und der für die Brautjungfern sind da. In Ordnung. Alles bereit, soweit ich sehen kann. Vergiss nicht, Hardy in die Küche zu sperren, sonst weicht er uns den weißen Teppich ein. Das macht er immer, wenn er aufgeregt ist. Schon gut, ich vergesse ihn nicht. Kommt ihr dann, die Wagen stehen raus. Bestimmt ist mein Make-up über mein ganzes Gesicht verschmiert und ich sehe fürchterlich aus. Ach was, kein bisschen. Du siehst fantastisch aus. Naja, wenn es nicht hinhaut, dann können wir uns ja wieder scheiden lassen. Tun ja sowieso die meisten. Ach, jetzt mal ganz ruhig, Fee. Du kennst ihn doch seit Jahren. Du weißt, dass er der Richtige für dich ist. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass wir jetzt eine Doppelhochzeit feiern könnten, wenn sich nur dieser Jared Arnhem nicht als so ein mieser Typ erwiesen hätte. Es war meine erste Hochzeit seit Kindertagen. Und so war ich nicht auf die innere Leere vorbereitet, die einen erfasst, wenn Braut und Bräutigam erst einmal verschwunden sind. Die Feier ging auch bald zu Ende. Mit Senta hatte ich kein Wort mehr gesprochen. Aber immer, wenn ich zu ihr hinsah, fand ich ihren Blick auf mich gerichtet. Sie besaß eigenartige, nahezu farblose Augen. Klar wie Wasser. Mit einem kleinen, dunkelgrün wirbelnden Punkt. Bringst du die Brautjungfern zurück, Philipp? Mach ich, ja. Sind denn alle fertig, Jared? Ich glaube, bis auf Senta. Was ist mit ihr? Kommt sie nicht mit? Im Augenblick nicht. Sie sagt, sie kommt später nach. Wie denn? Dann sucht sich vermutlich jemanden unter den Hochzeitsgästen, der sie mitnimmt. Na, da hält sie sich besser ran. Viele sind's nicht mehr und es fängt gleich an zu regnen. Ich war enttäuscht. Gerade noch waren sich unsere Blicke quer über den Raum hinweg begegnet und ich sah, wie sich erst ihre Augen weiter öffneten, dann ihre Lippen und wie ihre Zunge langsam und gezielt erst über ihre obere, dann über die untere Lippe glitt. Sie musste mich auf den Arm genommen haben. Flora? Komm, ich hebe dich raus aus deinem Schrank. Du bist schön, aber nicht einmalig. Ja? Ich habe heute eine Doppelgängerin gesehen. Komm her! Senta! Lassen Sie mich bitte rein. Es schüttet. Natürlich. Verzeihung. Bitte. Niemand gefunden, der Sie mitgenommen hat? Nein, ich musste laufen. In der Aufmachung? Ja. Haben Sie ein Handtuch für mich, Philipp? Ja, dort, in Bad. Hier? Ja. Meine Haare! Oh, Himmels Willen, ich sehe aus wie nach einer Tauch-Expedition. Irgendwo gibt es da auch einen Föhn. Ist schon gut. Es geht mit dem Handtuch. Ist das Ihr Zimmer? Ja, aber Ihre Sachen sind bei Fee. Nachher. Ich friere. Ich muss erst mal aus den nassen Kleidern raus. Ich habe das Ding noch nie leiden können. Senta! Und jetzt ist es auch noch klatschnass. Im nächsten Augenblick hatte sie ihre Schuhe weggeschleudert. Und im übernächsten war sie aus ihrer schmutzbespritzten Strumpfhose raus. Und da stand sie also. Nackt. Und sah mich mit ihren seltsamen Augen an. Gefalle ich dir nicht, Philipp? Was? Nein. Doch. Sie sind schön. Ich friere. Komm her. Aber... Wärme mich, Philipp. Komm, ins Bett. Ich friere. Senta! Ach, komm. Unliebens Willen! Sie liebte mich, wie es ihr gefiel. Sie küsste mich gierig, schleckte und leckte an mir, wie ein kleines Tier. In ihrem Sex war Leidenschaft und Zärtlichkeit. Ich hatte sowas noch nicht erlebt. Sag meinen Namen, Philipp. Senta. 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 Ich mag ihn. Ich muss dir was gestehen. Ja? Als ich dich heute Vormittag zum ersten Mal sah, da wusste ich sofort, was es geschlagen hatte. Dass du derjenige bist, nachdem ich mein Leben lang gesucht hatte. Aber so lang kann es doch noch nicht sein. Wie alt bist du? Zwanzig? Vierundzwanzig. Aber schon mit sechzehn habe ich gewusst, dass es für mich nur den einen Mann gibt. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Weißt du, dass Seelen von Anfang an Paare sind? Nur werden sie bei der Geburt getrennt. Und deshalb sind wir ständig auf der Suche nach unserer anderen Hälfte. Manche Menschen irren sich natürlich und bekommen die falsche. Und wir haben uns nicht geirrt. Nein. Wir sind füreinander bestimmt. Soll ich die Nacht über hierbleiben? Das wäre herrlich. Aber leider, meine Mutter... Keine Rolle. Wir können zu mir gehen. Hast du eine Wohnung? Ja. Und sie ist ab jetzt auch deine. Was ist denn das da in der Ecke? Das ist Flora. Die sieht mir ja ähnlich. Ja. Ich erzähle dir gelegentlich ihre Geschichte. Oh ja. Ich will alles über dich wissen. Es darf keine Geheimnisse geben zwischen uns. Komm. Zieh dich an. Gehen wir. Ich folgte ihr wie in Trance. Da war sie. Eine Frau aus Fleisch und Blut mit Floras Aussehen. Wir sind da. Komm. Ohne die Bäume, eine Art von Allee, wäre es die reinste Islamgegend gewesen. Die ganze Straße war übersät mit Blechdosen, Papierfetzen, Scherben, Unrat. Ich wohne im Soutarra. Es roch modrig. Nach Schmutz und Dreck. Meine Wohnung. Naja, ich benutze ein Zimmer genau genommen. Ein niedriger Tisch mit einer heruntergebrannten Kerze auf einer Untertasse. Und einer leeren Weinflasche. Ein Korbstuhl mit darübergeworfenen Kleidern. Eine dahinsiechende Blattpflanze. Und ein riesiges Bett. Ja. Das ist es. Senta, erzähl mir von dir. Zum Beispiel, was du machst. Was ich mache? Beruflich. Ich bin Schauspielerin. Ja? Und habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Auf der Bühne, im Fernsehen? Noch nicht. Ich bin auf die Schauspielschule der Royal Academy gegangen. Und jetzt warte ich auf die richtige Rolle. Man tut sich ja keinen Gefallen, wenn man die nächstbeste annimmt, oder? Ich weiß nicht. Ich verstehe nichts davon. Das kommt noch. Ich werde es dir beibringen. Du sollst alles über mich wissen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Wie wir uns sehen. Was wir voneinander denken. Was wir von uns erwarten. Für den Rest der Nacht war das schnell klar. Und auch für die nächsten Wochen. Ich fuhr Abend für Abend zu ihr in ihre schmuddelige Wohnung und wir schliefen miteinander. Aber liebte ich sie auch? Ich wusste es nicht. Sicher war nur, dass ich pausenlos an sie dachte. Im Büro, zu Hause, im eigenen Bett. Über meine Gedanken sprach ich wenig mit ihr. Kaum über Gefühle oder Sorgen. Ich konnte es nicht, aus welchem Grund auch immer. Einmal gingen wir in ein indisches Restaurant. Sie trug ein seltsames Gewand, das ihrer Großmutter gehört hatte. Aus grauem, silbrig durchwirkten Stoff. Sie sah wie die personifizierte Rätselhaftigkeit aus. Du hast niemandem von uns erzählt, Philipp, oder? Nein, noch nicht. Tu es nicht. Es soll unser Geheimnis bleiben. Wenigstens noch für eine Weile. Wenn du meinst. Senta. Ja? Wir wissen so wenig voneinander. Was möchtest du denn wissen? Von mir hast du alles gehört. Aber von dir weiß ich nur, dass du Schauspielerin bist und Darryns Cousine. Was mir schwerfällt zu glauben. Ich bin seine Cousine. Nur war meine Mutter Isländerin. Mein Vater war in der Navy. Er hat sie kennengelernt, als er in Reykjavik stationiert war. Wieso war deine Mutter? Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Ich dachte, deine Eltern leben getrennt. Du hast von einem neuen Freund deiner Mutter gesprochen, dass du ihn nicht magst. Das ist meine Stiefmutter, Rita. Der Name meiner richtigen Mutter war Reydan Knutsdottje. Bedeutet die Tochter von Knut. Und du bist dann von der Schule direkt auf die Royal Academy gegangen? Ja. Ich war die Beste in meiner Klasse. Hat mir gut gefallen. Ich bin viel rumgekommen in der Zeit. In den Semesterferien, meine ich. Einmal habe ich zwei Monate lang in der Medina von Marrakesch gehaust. Ich habe mich als Muslimin verkleidet. Für eine westliche Frau wäre es zu schwierig gewesen. Ich bin bisher über Europa nicht hinausgekommen. Oh, ich war auch in Indien. Und Mexiko. In Mexiko City sogar zur Zeit des Erdbebens. Es war fürchterlich. Senta, sollen wir gehen? Ich möchte allein sein mit dir. Mich lieben, meinst du? Ja. Oh ja. Danach bei ihr in der Wohnung erzählte ich ihr von Jared Arnhem und Flora. Und wie ich Flora aus seinem Garten in Chickwell gekidnappt hatte. Die Geschichte schien sie nicht übermäßig zu interessieren. Das war so ziemlich das aufregendste Erlebnis in meinem bisherigen Leben. Von mir abgesehen, oder? Es wird dunkel. Ich mache Licht an. Senta, warum färbst du dir deine Haare? Sehen sie wirklich gefärbt aus? Nicht die auf deinem Kopf. Warum machst du das? Sie sind nicht gefärbt. Unsinn. Du bist silberblond, aber doch nicht rothaarig. Was fällt dir ein, mir nicht zu glauben? Ich bin nicht blond. Nein, nein. Senta, um Himmels Willen, was ist denn los? Was ich mir färbe, sind die Kopfhaare, du Narr. Entschuldige. Entschuldige. Mach sowas nicht nochmal, hörst du? Es war schnell wieder vorbei. Aber der Ausbruch irritierte mich. Vor allem, weil ich ihr nicht glaubte. Aber es war natürlich nur eine kleine Lüge. Allmählich formte sich in meinem Kopf ein genaueres Bild von ihr. Oder? Sie erzählte mir dies und das von sich. Nur war ich nie ganz sicher, was davon stimmte und was nicht. Übrigens, gestern war ich beim Vorsprechen. Wo, für was? Für eine ziemlich gute Rolle in einem Spielfilm. Aber ich habe sie nicht bekommen. Sie haben sich für Miranda Richardson entschieden. Miranda Richardson, oh. Ja, aber ich habe dem Regisseur gefallen. Er hat gesagt, ich sei ein beachtliches Talent. Das hört man doch nicht ungern. Und das heißt auch, dass sich die ganze Mühe mit dem Aerobic eines Tages auszahlt. Aerobic? Ja, ich gehe regelmäßig hin. In die Paris Street. Man trifft jede Menge Wipps dort. Schauspieler, Tänzer. Letzte Woche, da habe ich mit Wayne Sleep hinterher Tee getrunken. Das hier ist gut. Du siehst reizend aus, Fee. Und Cheryl auch. Phil, komm zu uns und sieh dir die Hochzeitsfotos an. Das da zum Beispiel. Oh ja. Sehr nett. Auf dem sehe ich wie eine Schaufensterpuppe aus. Da ist ja das mit HDC mal besser. Ach nein, wie reizend von dir. Ich meine mich. Du siehst ja immer okay aus. Und da kommen die Brautjungfern. Oh, Senta. Du siehst auf den ersten Blick, dass sie Schauspielerin ist. Ist sie das? Halbwegs mal sicher. Ich meine, wie sie dasteht, die Pose. Und was heißt halbwegs im Einzelnen? Dass sie jedenfalls auf eine Schauspielschule gegangen ist. Die Royal Academy? Oh, Himmels Willen, nein. Irgendein privater Laden in Ealing. Möchtest du noch jemanden Tee? Nein. Danke, nein. Na, dann räume ich das mal weg. Ich halte sie abwaschen. Danke, mein Schatz. Darren, lass die Fotos noch da, ja? Ja. Dein Pullover gefällt mir, Fee. Auf der Hochzeitsreise gekauft? Ja, es ist ein Gernsey. Ach, und er stammt von Gernsey. Wie lustig. Komm, Mom, deswegen heißen die Tinger Gernsey. Darren? Aha. Von deiner Cousine Senta habe ich bis vor kurzem nichts gewusst. Bis zur Hochzeit. Ich weiß. Wieso? Ach so. Verknallt, Philipp? Ich kenne sie kaum. Ist sie wirklich deine Cousine? Ich weiß nur, dass meine Mutter ihre Tante und ihr Vater mein Onkel ist. Das ergibt doch was Cousinenartiges. Gefällt sie dir? Na ja. Ich kann nicht zu ihr bringen, wenn du willst. Sie haust aber im richtigen Loch. Du brauchst Nerven, sage ich dir. Fee hat sich glatt geweigert, hinzugehen, als das Brautjungen von Kleid anprobiert werden sollte. Dabei könnte sie jederzeit bei Onkel Tom in Finchley wohnen. Sie hat wohl wirklich nicht alle Tassen im Schwank. Wo habe ich nur gehört, dass sie doch auf die Royal Academy gegangen ist? Ach, nichts da. Ich kann schwören, dass sie eine Schule in Ealing besucht hat. Aber dass sie Leute zum Besten hält und ihnen erzählt, sie sei auf die Royal Academy gegangen, das ist drin bei ihr. Was ich mehr oder weniger vermutet hatte. Senta war eine Fantastin. Das störte mich nicht wirklich. Ich sagte mir, ich müsse einfach nur lernen, die Fantasien als solche zu erkennen. Ich wollte sie eher beschützen. Seit dem indischen Restaurant waren wir nur noch einmal zusammen woanders gewesen. Ich hatte sie mit nach Chickville genommen, als ich kontrollieren wollte, ob es dort mit dem Umbau losgehen konnte. Und als ich bei Mrs. Ripple fertig war, fuhr ich noch um die Ecke zu Jared's House. Das dort? Hm. Und wer da ein Leben sollte, ist meine Mutter, nicht diese. Da, da kommt sie. Die hat er statt ihr geheiratet. Sie hat ihn deiner Mutter gestohlen. Ich hasse Frauen, die sowas tun. Er hat Mann zum Narren gehalten. Ich könnte diesen Mistkerl... Ach, aber lassen wir das. Komm, fahren wir zu dir. Und so fuhren wir wieder in ihr Kellerloch. Das Zimmer, in dem wir ein seltsames, dunkles, abgeschottetes Leben miteinander führten. Richtiger, in ihrem Bett. Es war herrlich, aber zuweilen kam es mir unwirklich vor. Es schien nichts zu geben außer Sex. Ich habe uns Wein besorgt. Danke. Auf dich. Auf uns. Ja, auf uns. Streich deine Haare aus dem Gesicht. Sie verbergen deine schönen Augen. Lass mich mal. Na nun. Was ist denn? Sie sind ja rot an den Wurzeln. Ja, das muss aufgefrischt werden. Ich habe dir ja gesagt, sie sind gefärbt. Weißt du es nicht mehr? Doch, aber irgendwie dachte ich, was völlig Ausgefallen ist, passt viel besser zu dir. Da habe ich es nicht geglaubt. Was? Ich habe gedacht, du färbst dir wirklich... Du glaubst mir nicht. Du traust mir nicht. Wie sollen wir eine Seele sein, wenn du mir nicht traust? Ich habe dir meine Seele geschenkt und du... Du willst mich zerstören. Zentren, Himmels Willen. Nicht. Es tut mir leid. Verzeih mir. Vergeben? Ja. Es tut mir auch leid. Warte, hier ist ein Taschentuch. Danke. Philipp? Ja? Ich muss dich was fragen. Frag. Was bedeute ich dir? Alles. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lieb mir. Ich wollte es nicht aussprechen, bevor ich mir nicht ganz sicher war. Jetzt bin ich es. Es tut mir leid mit vorhin. Ich... Ich war tief unglücklich. Verstehst du das? Ja. Ja. Liebst du mich so wie ich dich? Ja. Ich liebe dich. Ach. Wenn es nur reichen würde, es zu sagen. Aber... Es reicht nicht. Du musst deine Liebe zu mir beweisen. Und ich die meine zu dir. Und dafür müssen wir etwas Großes tun. Etwas Großes? Zum Beispiel? Ja. Etwas Einschneidendes. Etwas Starkes. Im Bett haben wir beide auch dieses überwältigende Gefühl von Intensität. Als ob alles frisch und neu und vollkommen wäre. Wie zum ersten Mal. Und so sollte es sein. So sollte es immer sein. Man kann es lernen. Und zwar wie? Manche behaupten ja, dass man, um wirklich intensiv zu leben, vier Dinge tun muss. Soll ich sie dir sagen? Mhm. Einen Baum pflanzen? Ein Gedicht schreiben? Mit einem Menschen ins Bett gehen und... ...jemand umbringen? Die ersten zwei oder eigentlich drei Ideen haben ja noch relativ wenig mit der letzten zu tun, oder? Über sowas mockiert man sich nicht. Ich hab mich nicht mockiert. Aber ich hoffe doch schwer, dass ich auch ohne diese Voraussetzungen intensiv lebe. Wenn ich mit dir im Bett bin zum Beispiel, fehlt mir nichts. Ich werde dir beweisen, dass ich dich liebe, indem ich jemand für dich umbringe. Und du musst jemand für mich umbringen. Naja, klar. Und an wen denkst du da? Es muss niemand Bestimmtes sein. Ah, gut. Aber ich werde natürlich wissen, was du für mich getan hast. Und umgekehrt. Aber niemand sonst. Nur wir werden das schreckliche Geheimnis miteinander teilen. Und werden am Ende die Gewissheit haben, dass wir einander mehr bedeuten als alles andere auf der Welt. Senta, auch wenn du noch so überzeugend argumentierst, ich falle nicht darauf herein. Ich weiß, dass du es nicht ernst meinst. Ich weiß, dass du gerne ein bisschen fantasierst. In Gedanken mit den Dingen spielst. Wovon sprichst du? Das wissen wir beide. Du und ich. Ich nicht. Also bitte erklär es mir. Gut. Wenn du unbedingt willst. Zum Beispiel deine Mutter. Oder deine Reisen in was weiß ich für exotische Länder. Oder auch dein Vorsprechen zusammen mit Miranda Richardson. Ich weiß, dass das Tagträume sind. Gedankenspielereien. Glaubst du mir nicht, was ich sage? Wie soll ich denn, wenn du solche Sachen erzählst? Schön. Und was glaubst du mir also nicht? Hör mal, ich hab nichts dagegen, dass du deine Fantasie benutzt und dir die Dinge ausmalst. Du bist ja nicht die Einzige, das tun viele. Das kann das Leben interessanter machen. Aber wenn dann plötzlich von Menschen umbringen die Rede ist, dann finde ich das ziemlich witzlos. Und eine Zeitverschwendung. Ich meine, es ist Sonntag. Draußen ist das schönste Wetter. Und da sitzen wir in diesem, verzeih, unappetitlichen Loch. Und du erzählst mir was von Menschen umbringen. Bist du sicher, dass du mich liebst und alles für mich tun willst? Ja, in vernünftigen Grenzen. Wenn ich das schon höre. In vernünftigen Grenzen. Kapierst du denn nicht, dass das, was wir füreinander tun, außerhalb der Vernunft sein soll? Außerhalb der Vernunft und der Gesetze. Du meinst es ernst, ja? Oder glaubst, dass du es ernst meinst? Ich bin bereit, jemanden umzubringen, um meine Liebe zu dir zu beweisen. Und du musst das Gleiche für mich tun. Sinter, du bist wahnsinnig. Sag das nicht nochmal. Ach Gott, ich meine es ja nicht wirklich. Können wir denn nicht mal von was anderem sprechen? Bitte. Du weigerst dich? Was denn sonst? Du weißt nicht, wie sehr mir der Gedanke von Töten und Gewalt verhasst ist. Und da kommst du mit dem Vorschlag, jemanden umzubringen. Für was hältst du mich eigentlich? Ich habe dich für die andere Hälfte unserer vereinten Seelen gehalten. Jetzt komm mir doch nicht mit diesem Unsinn. Das ist doch die reizte Kacke. Dieses Gerede von Seelen und Bestimmung und was weiß ich noch alles. Wach auf, Sinter. Schau dich mal ein bisschen in der realen Welt um. Ich habe doch was von Leben gehört. In diesem Drecksloch hier? Ich hätte gedacht, es reicht. Mit Mexiko und Indien und deiner Eskimo-Mutter und der ganzen Schauspielerei. Aber nein! Jetzt willst du mir noch beibringen, ich soll irgendeinen armen Teufel töten, um dir meine Liebe zu beweisen. Hör auf! Hör auf! Ich hole Wasser. Trink das. Raus! Verschwinde! Verschwinde aus meinem Leben! Raus! Ich will dich nie wiedersehen! Ich erwiderte nichts. Aber ich nahm sie nicht ernst. Sie konnte nicht gemeint haben, was sie da gesagt hatte. Ausgeschlossen. Ich war mir sicher, dass am nächsten Tag alles vergeben und vergessen sein würde. Dass sie in meine Arme geflogen käme, wie zuvor. Wie immer. Ich hatte mich getäuscht. Ich hatte mich getäuscht. Sie ist drin. Was? Sie ist zu Hause, sag ich. Na, die da wohnt. Das Mädchen mit dem grauen Haar. Sie sind aber kein Bulle, oder? Ich? Nein. Sie ist vor zehn Minuten erst nach Hause gekommen. Ja, danke. Hier, kaufen Sie sich was Wahres zu essen. Danke, Chef. Danke machen wir. Sie ist da. Aber für mich war sie es nicht. Und dabei blieb es auch. Die Brautjungfer Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Ruth Rendell Hörspielbearbeitung Betty Davis Teil 2 Was soll ich machen? Was zum Teufel soll ich machen? Mom war mit Cheryl in die Ferien nach Cornwall gefahren. Das war mir zuerst ganz recht. So wäre mir noch mehr Zeit für Santa geblieben. Aber Santa blieb verschwunden. Und ich zweifelte langsam an meinem Verstand. War alles vielleicht nur ein Hirngespinst gewesen? Dass ich ihr begegnet war. Dass wir tagelang kaum aus dem Bett gekommen waren. Dann schneite eines Abends Fee herein, um ihre restlichen Sachen abzuholen. Sag mal, wie siehst du denn aus? Wo hast du denn das blaue Auge her? Ach, eine Verwechslung. Da hat man mich mit... Sieht ja kriminell aus. Im Pub? Nein. Ist auch nicht weiter schlimm. Soll ich dir helfen? Geht schon, danke. Hey, was ist das denn? Was denn? Ein Brautjungferngleid. Und zwar Santas. Woher weißt du das? Weil es das Kleinste ist. Sie muss es ja besonders gemocht haben, wie? Dass sie es so zusammenknüllt und da reinstopft. Ist schon ein komisches Mädchen. Der Runds Stiefmutter hat uns lang und breit erklärt, dass Santa beleidigt gewesen wäre, wenn man sie nicht eingeladen hätte. Aber im Nachhinein möchte ich das bezweifeln. Die wollen doch von der übrigen Familie gar nichts wissen. Wir haben Santas Eltern auch zur Hochzeit eingeladen. Die haben nicht mal geantwortet. Jemand hat behauptet, dass sie eine Mutter aus Gott weiß wo hatte, die bei ihrer Geburt gestorben ist. Ja, da war sowas. Sie ist gestorben, stimmt. Und war aus Grönland? Nein, Island, glaube ich. Also stimmte es doch. Offenbar mischte sie Wahres mit Unwahren. Wenn es ihr in den Kram passte, erzählte sie die Wahrheit. Und wenn nicht, erfand sie sich was dazu. Tat ich das auch? Tun wir das alle? Ich weiß es nicht. Aber Abend für Abend fuhr ich hin, sah die geschlossenen Vorhänge hinter ihrem Fenster, fand die Haustür verschlossen und versuchte es am Morgen telefonisch. Aber auch da antwortete niemand. Eines Morgens dann doch. Hallo, hier spricht Mike Jacopo. Wir sind im Augenblick nicht zu erreichen. Aber wenn Sie eine Nachricht mit Namen und Telefonnummer auf dem Band hinterlassen, rufen wir Sie schnellstmöglich zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Hallo, hier ist Philipp Wortmann. Könnten Sie freundlicherweise Miss Pelham bitten, dass sie mich anruft? Senta Pelham, die das Zimmer im Keller bewohnt. Es ist dringend. Ich hatte mir schon ausgemalt, dass es ihr Liebhaber sein müsse, als mir einfiel, dass im Haus tatsächlich noch andere Leute wohnten und dass es nicht ihr eigenes Telefon war. Der Apparat stand ja in der Diele. An diesem Abend fuhr ich wieder hinüber. Wer ist da? Entschuldigung? Was wollen Sie hier? Ich wollte sehen, ob Senta da ist. Die Haustür war offen. Das sieht ihr ähnlich, weil sie nämlich scheißegal ist. Sie ist auf eine Party gegangen. Wer sind Sie überhaupt? Philipp Wortmann. Senta und ich, wir sind befreundet. Haben Sie die Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen? Ja. Wohnen Sie hier? Im Erdgeschoss. Ich bin Rita Pelham. Ihre Mutter? Stiefmutter, wenn schon. Das Haus gehört mir. Aber wir waren viel weg die letzte Zeit. Sie wohnte bei ihrer Mutter. Oder Stiefmutter. Das schien die Lage zu ändern. Ich war erleichtert und fuhr beinahe beschwingt nach Hause. Auch war ich jetzt überzeugt, dass dieser Unfug mit dem Mord wirklich nichts als eines ihrer Spiele war. Ein Tick. Außerhalb aller Realität. Senta hatte eben eine reiche Fantasie und wollte, dass ihr Liebhaber mitspielte. Und sich selber etwas einfallen ließ. Warum hatte ich daran gezweifelt? Ich hätte uns den Kummer der vergangenen Tage ersparen können. Senta, meine Süße. Ich habe dich fürchterlich vermisst. Verzeih, dass ich mich so dumm angestellt habe. Du weißt, dass ich bereit bin, alles für dich zu tun. Ich liebe dich. Und will dich immer lieben. Immer. Philipp. Ich warf den Brief ein, aber sie antwortete nicht. Hallo? Philipp? Fee. Was ist denn los mit dir? Ach du Schreck, ich hätte zu dir und Darren zum Essen kommen sollen. Na, allerdings. Ach, verzeih. Wir hatten einen hektischen Tag im Büro und ich bin spät nach Hause gekommen. Es ist mir bekannt, was in Büros los ist. Ich arbeite selbst in einem. Und ich habe die Mittagspause ausfallen lassen, um uns eine Pastete zu besorgen. Können wir sie morgen essen? Morgen sind wir bei meiner Schwiegermutter eingeladen. Phil, was ist los mit dir? Du hast mir neulich schon nicht gefallen. Mit deinem blauen Auge. Stimmt was nicht? Sag mal. Es tut mir wirklich leid, Fee. Ja, das ist das Mindeste. Also Mittwoch kommen Mom und Gerald zurück. Soll ich einkaufen? Nein, lass. Ich mache das schon. Einfacher für mich. Und entschuldige mich auch bei Darren, okay? Mir schlug noch immer das Herz bis zum Hals. Ich hatte verzweifelt gehofft, dass eine bestimmte Stimme am Telefon sein würde. Dann die Enttäuschung. Ich hatte Tränen in den Augen und schämte mich dafür. Am Donnerstag ging Mom mit ihrer neuen Freundin ins Kino. Du findest was im Eisschrank, Philipp. Danke, Mom. Wann bist du zurück? Der Film dürfte gegen halb elf zu Ende sein. Aber vielleicht gehen wir noch einen Kaffee trinken oder sowas. Na, nur erwarten wir jemand. Hallo, meine Liebe. Gerald ist aber nicht da. Sie müsste jeden Augenblick kommen. Wollen Sie nicht, dass Sie warten? Ja, würde ich gerne. Ich gehe selbst gerade aus dem Haus und bin schon ein bisschen spät dran. Aber Philipp ist da. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Auf Wiedersehen, Mrs. Wardman. Philipp. Senta! Vergibst du mir? Da ist nichts zu vergeben. Dass du einfach so hierher gekommen bist. Ich bin so froh. Es schien das einzig Richtige zu sein. Rita hat mir deinen Brief gegeben. Ich hatte nicht gewusst, dass ihr das Haus gehört. Ich spreche nicht viel von den beiden. Sie sind sowieso die meiste Zeit weg. Treiben sich auf Wettbewerben für Gesellschaftstänze rum. Ich habe dich furchtbar vermisst. Ich habe dich furchtbar vermisst. Ich war unglücklich. Ich auch. Gehen wir rauf. Ich liebe dich, Senta. Ich weiß es jetzt. Die letzten Wochen hatten die Welt für mich verändert. Ich meinte genau zu spüren, wie sehr ich sie brauchte. Und dass ich ohne sie nicht sein wollte. Und konnte. Aber man muss sich seine Liebe schon beweisen, Philipp. Es genügt nicht, unglücklich zu sein, wenn man nicht zusammen ist. Es geht auch anderen so. Gewöhnlichen Menschen. Aber wir beide, wir sind keine gewöhnlichen Menschen. Wir sind was Besonderes. Wie die Götter. Wie war es? Ares und Aphrodite. Die alten Götter sind mit dem Christentum doch nicht ausgestorben. Es gibt sie noch. Uns. Ares und Aphrodite. Oder Mars und Venus. Mars. Aber ich habe nicht die geringste Lust, Krieg zu führen. Make love, not war. Und am liebsten gleich auf der Stelle. Ach, lass das, Philipp. Du machst dich über alles lustig. Ich will das nicht. Du sollst mir deine Liebe beweisen. Du hast gesagt, du tust es. Es ist ein Spiel. Das ist das Entscheidende. Ein Spiel. Ich werde so tun, als ob. Und das weiß sie. Und damit hat sich die Sache. Ich muss mir nur irgendeine Geschichte einfallen lassen. Irgendeine. Rebecca Neve. Die letzten Ermittlungen. Das nützt nichts. Toter in Stornoway. Zu weit weg. Aber hier. In Kensal Green im Nordwesten von London wurde in einer Baugrube die Leiche eines Mannes gefunden, den die Polizei 1062-Jahren John Sidney Crucifer identifiziert hat. Der Mann soll keinen festen Wohnsitz gehabt haben. Die Umstände lassen laut Auskunft der Polizei darauf schließen, dass er ermordet wurde. Na also. Das hört sich doch brauchbar an. Für einen kurzen Augenblick fragte ich mich, ob ein normaler Mann einer Frau wirklich erzählen würde, er hätte jemanden umgebracht. Obwohl das mitnichten der Fall war. Aber ich wischte den Gedanken beiseite. Was ist das? Lies. Dann sage ich dir was dazu. Wann? Wann hast du es getan? Gestern. Nachdem du weg bist von hier? Ja. Erzähl. Du bist von hier nach Kensal Green gefahren, ja? Und du hattest Glück und er hing da herum, ja? Und? Und ich habe es ja schon gesagt. Lassen wir es doch gut sein damit. Aber wie? Wie hast du es getan? Wie hast du ihn umgebracht, Philipp? Lassen wir das Thema, hm? Ich weiß es. Du hast ihn erwirkt. Ich. Ja. Es war dunkel, nicht wahr? Ja. Es war ja inzwischen ein Uhr früh. Aber lass jetzt bitte das Gefrage. Du hast es für mich getan. Klar, das war doch unsere Abmachung. Das Verhör gefiel mir ganz und gar nicht. Aber ich war erleichtert, dass das Spiel vorbei war und wir konnten zur Tagesordnung übergehen. Dann an einem Sonntagmorgen, als ich im Bett die Hand nach ihr ausstreckte, griff ich ins Leere. Sie war nicht da. Und auf ihrem Kopfkissen lag ein Zettel. Ich musste weg. Es ist wichtig. Bin bald zurück. Warte auf mich. Senta. Wo warst du? Wie siehst du denn aus, um Gottes Willen? Was ist mit deinen Haaren? Keine Sorge, sie sind nicht abgeschnitten. Ich habe sie nur unter die Baseballkaffe gesteckt. Da. Wozu denn überhaupt das Ding? Du hast ausgesehen wie ein Junge. Hast du den Zettel gelesen? Klar. Aber du hast nicht geschrieben, wohin du gegangen bist. Ich war weg, um ein Versprechen einzulösen. Was denn für ein Versprechen? Ich habe das Gleiche getan wie du und dir meine Liebe bewiesen. Ich habe jemanden umgebracht. Senta. Ich musste sehr früh raus, weil ich nach Chickwell gefahren bin. Nach Chickwell? Naja, Grange Hill. Die nächste Bahnstation zu seinem Haus. Wessen Haus? Jared Arnems. Du hast es doch schon vermutet, oder? Ich habe ihn heute Morgen umgebracht. Für dich. Du hast was? Ich bin die letzten Tage zweimal hingefahren. Zu dem Haus, das du mir gezeigt hast. Und ich habe festgestellt, dass er offenbar immer, bevor er ins Büro fährt, seinen Hund im Wald spazieren führt. Seinen Hund? Ja. Einen kleinen schwarzen Scotch Terrier. Ich habe mich für Arnim entschieden, weil du ihn gehasst hast. Was? Ich meine, wie, wie hast du es, wie hast du es gemacht? Ich bin auf ihn zugegangen und habe mir dabei die Hand vor das Auge gehalten. Ich habe gesagt, es sei mir was reingeflogen und ob er mir helfen könne. Clever, oder? Ja, sehr. Er stand ganz nah vor mir. Wie du jetzt. Er hat meinen Kopf nach hinten gehalten und sich über mich gebeugt, um nachzusehen. Ich wusste, an welcher Stelle ich ihn treffen musste. Und dann habe ich zugestoßen. In sein Herz. Mit einem Dolch aus Glas. Womit? Mit meinem venezianischen Dolch. Habe ich ihn dir nie gezeigt? Ich hatte sogar mal zwei davon. Aus Murano-Glas. Der kleine Hund hat mir leidgetan. Er lief zu ihm und fing an furchtbar zu winseln. Ein Dolch aus Glas. Diese Einfälle. Wirklich. Eine Minute hatte ich es für möglich gehalten. Bis ich mir ihren nächsten Schwindel klargemacht hatte. Jared Arnim mochte Hunde nicht. Deswegen hatten wir ja sogar Hadi bei unserem Besuch damals zu Hause lassen müssen. Im Zug zurück war mir mulmig. Ist doch irgendwo Blut an meinen Kleidern. Ich habe mir eingebildet, dass mich die Leute anstarren. Aber was sollten Sie sehen? Der Witz bei diesen Dolchen ist, dass sie am Griff abbrechen, wenn man sie gelandet hat. Es bleibt höchstens eine kleine Narbe und das Opfer blutet nicht mal. Nein? Nein. Aber ich habe gedacht, sicher ist sicher. Und deswegen die Baseballkappe. Sollten die Leute mich doch für einen Jungen halten. Aber jetzt will ich raus aus den Klamotten. Sie zog sich aus und stand lächelnd vor mir. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich bin müde. Kommst du? Aber etwas war passiert. Zum ersten Mal wollte ich sie nicht. Mein Verlangen. Alles war weg. Was ist? Nichts. Schlaf dich aus. Ich mache mir Sorgen um dich, Sinta. Brauchst du nicht. Niemand wird draufkommen. Ich war irritiert. Verstand mich selbst nicht. Ich ging auf Distanz, begehrte sie plötzlich nicht mehr. Wegen einer dummen Schwindelgeschichte? Denn es war doch eine. Am nächsten Abend fuhr ich wieder zu ihr. Aber ich musste mich zwingen. Wieder stand die Tür offen. Senta. Oh, Philipp. Philipp. Was ist los? Du kommst zu spät. Und gestern bist du verschwunden, während ich geschlafen habe. Ich habe gedacht, du kommst nie wieder. Aber doch. Hier bin ich. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Sie drängte sich in meine Arme wie ein erschrecktes Kind. Oh. Nicht weinen, Senta. Komm. Wir gehen irgendwo hin was essen, ja? Aber warum? Bitte. Gut. Wenn du meinst. Philipp, was ist los? Nichts. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Nicht nötig. Die finden es nicht heraus. Ist ja auch nicht das erste Mal. Die Gesetze, nach denen die Polizei handelt, gelten für Menschen wie uns sowieso nicht. Philipp, ich muss dir was gestehen. Ein Geheimnis. Ich habe vor dir schon einen Mann geliebt. Da habe ich mir zumindest eingebildet. Das macht ja nichts. Nein, das nicht. Aber jetzt erst weiß ich, was Liebe wirklich ist. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Was ist mit ihm? Er hat mich wegen einer anderen verlassen. Ich hasse Frauen, die sowas tun. Auch die Frau, die Arnhem geheiratet hat, habe ich gehasst. Weil sie deine Mutter verletzt hat. Jemanden, der dir nahe steht. Philipp, ich mag nicht mehr hierbleiben. Geh mir nach Hause. Ja. Ich will mit dir allein sein. Also ging wir zu ihr und liebten uns. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, dass es unser erstes Mal war, als sie nach Fees Hochzeit durch Nest zu mir kam. Jetzt fing offenbar ich mit den Fantasien an. Am Morgen, bevor ich sie verließ, küsste ich sie. Und es war mir, als küsste ich eine Tote. Danach änderte sich alles mit einem Schlag. Mr. Arnhem? Mr. Arnhem! Ja? Ach, das ist ja... Philipp Wortmann! Hallo! Wie geht es? Ich freue mich ja so, Sie zu sehen. Ich freue mich wirklich, Mr. Arnhem! Und wie geht es Ihnen, Philipp? Ich hoffe gut. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie Ihr Büro offenbar hier in der Nähe haben. Nein, ich hatte hier heute nur zu tun. Ich komme nicht oft in die Gegend. Und, wie geht es Ihrer Mutter? Gut soweit. Gut. Meine Schwester Fee hat inzwischen geheiratet. Ach. Ja, ich erinnere mich. Haben Sie Zeit für einen kurzen Drink? Nein, leider. Ich bin sowieso schon etwas spät dran. Dann ein andermal. Glauben Sie... Glauben Sie, ich kann Ihre Mutter gelegentlich einmal anrufen, mich erkundigen, wie es ihr geht? Sie wissen ja, wo Sie sie finden. Ja, ich habe die Nummer. Meinerseits bin ich inzwischen umgezogen. Rufen Sie ruhig an. Sie ist ziemlich häufig außer Haus. Aber Sie können ja Glück haben. Das mache ich. Leben Sie wohl, Philipp. Es hat mich gefreut. Ich verstand nicht mehr, warum ich je solchen Widerwillen gegen Sainters Zimmer empfunden hatte. Ich liebte Ihre Bude mit einem Mal. Und ich liebte sie wieder. In der Nacht schliefen wir eng umschlungen. Und es gab keinen Grund mehr für Albträume. Warum ziehst du eigentlich nicht zu mir, Philipp? Habe ich mir auch schon überlegt. Hast du mir nicht erzählt, du hättest früher im oberen Stock gewohnt? Doch, aber ich brauche nicht mehr als ein Zimmer. Aber wenn wir zu zweit wären? Ach, es ist ein Verhau da oben. Kann man da nicht Ordnung machen? Das Ganze anstreichen, ein paar Böbel anschaffen. Bist du mit dem hier nicht zufrieden? Es ist zu klein. Und es ist ein bisschen lächerlich, wenn wir uns hier zusammen quetschen und oben steht alles leer. Oder würde es deine Stiefmutter nicht gern sehen? Och, Rita hätte sicher nichts dagegen. Es ist nur so, dass ich mich sehr wohl fühle hier unten. Ich muss dir was gestehen. Ja? Ich habe eine gewisse Platzangst. Die echte, zu viel Platz um mich herum. Verstehst du, was ich meine? Ja, sicher. Sei nicht böse auf mich. Du darfst nie böse sein auf mich. Nie. Aber weißt du, deshalb gehe ich auch nicht gern aus und lebe gern hier unten. Ich hoffe ja, wir können unser Leben zusammen verbringen, Senta. Aber die nächsten 50 Jahre in einem Erdloch zu Hause, das halte ich nicht aus. Okay. Ich frage Rita, einverstanden? Wunderbar. Ich möchte, dass alle von uns wissen. Ja. Sag es ihnen, es ist an der Zeit. Senta? Wie nett, mein Junge. Du weißt, von wem ich spreche? Sie war eine der Brautjungfern bei Fees Hochzeit. Oh ja, 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 die Tochter von Tom Perlim. Ich sage ja, sehr nett. Wenn ihr euch nur wirklich gern habt. Wieso Tom Pelham? Terrens Onkel, der mit einer Frau verheiratet war, die ihn verlassen hat und die jetzt mit einem jüngeren Mann zusammenlebt, mit dem sie an Tanzwettbewerben teilnimmt. Richtig. Senta wohnt bei Ihnen im Haus. Nett. Sehr nett. Sie reagierte, als ob ich von einem x-beliebigen Mädchen gesprochen hätte. Ich glaub's nicht. Das ist ein Witz. Und was für einer. Nein, es stimmt. Soll das heißen, dass du die ganze Zeit mit ihr was gehabt hast? Seit unserer Hochzeit? Ja. Und verzieht keine Miene, wie ich ihn gefragt hab, ob er in sie verknallt ist. Sie wollte nicht, dass es publik wird zu der Zeit. Ja, das ist doch echt hinterhältig. Und jetzt seid ihr verlobt, oder was? Nicht offiziell, aber demnächst. Wir setzen eine Anzeige in die Times. Auf diesen snobistischen Quatsch konnten wir bisher in der Familie immer verzichten. Also wirklich, du hast einen Knall. Warum hast du uns nicht früher was gesagt? Wie so ausgerechnet habenste Teeth. Was machen wir hier? Willst du mich kidnappen? Genau das. Und zwar für den Rest deines Lebens. Ich weiß, dass es romantischere Ecken gibt auf der Welt, aber in der Eile muss eben Hemms der Tief herhalten. Senta, bist du gewillt, meine Frau zu werden? Ja, das bin ich. Oh, Senta. Oh, Philipp, ja, ich will dich heiraten. Wir waren von Anfang an füreinander bestimmt. Und das müssen wir. Senta, doch nicht hier. Fahren wir nach Hause. Es ist schon dunkel. Machst du die Vorhänge zu? Hm, mach ich. Dass du mich in letzter Zeit öfter ausführst. Ist das ein Versuch, mich von meiner Platzangst zu heilen? Der alte Knabe ist nicht mehr da. Ich habe ihn schon wochenlang nicht mehr gesehen. Welcher alte Knabe? Na, der draußen oft herumgesessen hat. Auf unserer Treppe? Den kannst du nicht meinen. Wieso nicht? Ja, aber das war John Crucifer. Wer? Das müsstest du am besten wissen. Du hast ihn umgebracht. Soll das heißen, dass er der Mann war, der in Kensal Green umgebracht worden ist? Klar. Wie kannst du das nicht gewusst haben? Hast du ihn dir denn nicht ausgesucht? Warum sollte ich? Ich habe gedacht, du hast ihn gewählt, weil er mein Feind war. Wieso war er dein Feind? Er hat mich einmal um Geld angehauen. Ich hatte nichts für ihn und er hat mir die scheußlichsten Verwünschungen nachgerufen. Wieso hast du denn angenommen, das hätte ich gewusst? Weil du weißt, was in meinem Kopf vorgeht. Weil wir uns so nah sind, dass wir unsere Gedanken lesen können. Senta, ich muss mit dir sprechen. Okay. Was ist? Gib mir deine Hand. Damit muss ab sofort Schluss sein, dass wir von Mord sprechen. Auch nicht im Scherz. Menschen töten ist absolut nicht komisch. Das habe ich nie gesagt. Nein, aber du hast so getan, als ob. Ich auch. Ich war genauso schlimm. Ich habe eine Geschichte erfunden. Du hast eine erfunden. Es gibt Schlimmeres, denn es war ja nichts dran. Aber wir dürfen damit nicht mehr herumspielen. Es ist nicht gut für uns. Begreifst du das? Ich werde nicht mehr davon sprechen. Ich verstehe dich, Philipp. Du bist einfach noch in deiner konventionellen Welt befangen. Deshalb warst du auch so froh, als du festgestellt hast, dass ich bei meiner Stiefmutter lebe. Gleich sah alles viel respektabler aus. Nicht wahr? Sonst wären die Verhältnisse hier ja unmöglich gewesen für dich, oder? Aber nein. Du bist unfrei erzogen worden. Und das wird man in ein paar Monaten nicht los. Deshalb verstehe ich auch, dass es leichter für dich ist, wenn man über gewisse Dinge gar nicht erspricht. Trinken wir noch ein Glas Wein. Du, wenn du vorhast, noch mehr zu trinken, müssen wir was essen. Willst du mir beibringen, dass ich zu viel trinke? Nein. Aber dass du zu wenig isst. Ich versuche, ein bisschen auf dich aufzupassen. Ja, Philipp. Oh ja, pass auf mich auf. Immer. Hi, Roy. Philipp. Was machst du denn hier? Wieso? Weil du einen Termin in Chicville hast. Entschuldige davon. Also ich habe es dir gestern gesagt. Mrs. Ripple ist offenbar mit dem Marmor nicht einverstanden. Ich habe gesagt, kümmere dich bitte morgen als erstes darum. Tut mir leid, daran erinnere ich mich nicht. Ach nein. Dann mach, dass du schleunigst hinkommst. Kein Wunder, wenn die Geschäfte nicht gehen. Ich bitte um Entschuldigung, Mrs. Ripple. Wir hatten Sie schon abgeschrieben. Ein internes Missverständnis. Ich habe Mrs. Morris, eine Freundin, hergebeten, damit sie die Schlamperei ihrer Firma bezeugen kann. Ganz recht, Mary. Also erklären Sie uns gefälligst, wie Sie dazu kommen, mir dieses gefleckte und gerissene Bruchmaterial hier einbauen zu lassen. Ich hatte Marmor bestellt. Wie viel hat dich die Sache gekostet, hast du gesagt? 6.542 Pfund und 95 Pens. Reine Halsabschneiderei, wie das aussieht. Aber es handelt sich nicht um einen Materialfehler oder dergleichen. So. Die ungleiche Maserung und die Adern sind ein Charakteristikum dieses Steins. So. Marmor ist nun mal kein Kunststoff mit einer völlig gleichmäßigen Oberfläche. Kunststoff? Das hätte mir gerade noch gefehlt. Bei dem Preis. Aber diesen Marmor habe ich niemals bestellt, wenn es überhaupt Marmor ist. Ich lasse die Sache überprüfen. Sie hören von mir in ein, zwei Tagen. Er meint ein, zwei Wochen, wie? Wenn wir Glück haben. Philipp, ich habe eine gute Neuigkeit. Kann ich brauchen. Was ist los? Ach, nur so ein lausiger Tag im Büro. Und, was gibt's? Ich hoffe nur, es freut dich wirklich. Du kannst hier wohnen. Ja? Im ersten Stock? Ja. Im Ernst? Wir beide? Ja, Rita hat nichts dagegen. Nur möchte ich nicht, dass es auf deine Kosten geht. Weil du dich ja oben nicht so wohlfühlst, meine ich. Tja, Philipp, ich will dir was sagen. Ich liebe dich noch viel, viel mehr, als ich bei unserer ersten Begegnung je erwartet hätte. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich zu solcher Liebe fähig bin. Oh, Liebling. Und das heißt, dass ich mich überall, wo du auch bist, wohlfühlen werde. Rita will übrigens keine Miete. Das heißt, dass wir auch keinen Vertrag haben oder sowas. Aber einfach rauswerfen wird sie uns sicher nicht. Erst musst du mir noch mit etwas helfen. Aber am Freitag können wir dann schon hinaufziehen. Ach, ich bin so glücklich, Philipp. Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich. Hallo. Guten Abend, Chef. Hallo. Dreckswetter heute. Geht's nach Hause? Ja. Ja, aber wo waren Sie denn die ganze Zeit? Ich habe Sie ja seit Wochen nicht mehr gesehen. Na ja, nur wie denn? Wo ich doch im Krankenhaus gelegen habe. Ach. Eine Prostata. Alle zehn Minuten pinkeln. Das war ja nicht mehr zu machen. Na ja, so wie ich lebe. Aber die haben mich ganz schön geschafft da drin. Mindestens zweimal am Tag gewaschen, was? Nee, 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 zu viel Wasser war es nicht. Zu wenig Luft. Zu sechs waren wir in einem Zimmer. Ja, da tagsüber, da ging das ja noch. Aber nachts, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Bin die Wärme doch gar nicht gewöhnt. Und dann haben die mich noch auf die Nachsorgestation geschickt. Sie gehen uns nicht gleich wieder auf die Straße, haben Sie gesagt. Tö, ha, das hat die so gesagt, wie zu einer Nutte. Na, ich freue mich, dass Sie zurück sind, Mr. Crucifer. So heißen Sie doch, oder? Ja, ja, aber woher wissen Sie denn? Und hier ist noch ein bisschen was zu feiern. Danke, Chef. Danke. Sie sind ja immer schon ein Gentleman gewesen. Na, das sieht schon besser aus. Zumindest fängt sich da keine Seife und was noch alles in den Ritzen. Gut. Wenn es also dieser Stein sein soll, bringe ich ihn nach oben und er wird noch vor dem Ende der Woche eingepasst. Immer das Gleiche mit diesen Leuten, Pervy. Anfang der Woche ist nie vor Mittwoch, aber vor dem Ende der Woche läuft auch Freitag spät Nachmittag hinaus. Die Marmorplatte wurde mir schwer unterm Arm. Ich war ziemlich durcheinander. Als ich vor Mrs. Ripples Haus gehalten hatte, war Mrs. Arnhem gerade von dort herausgekommen. In der Nähe erschien sie mir älter als beim letzten Mal. Älter und schmaler. Und sie hatte einen kleinen schwarzen Hund bei sich. Oben vom Badezimmer aus stellte ich fest, dass ihr Garten vernachlässigt war. Nicht nur, weil Flora einen leeren Platz hinterlassen hatte. Der Rasen war ungemäht und voller Unkraut. Plötzlich erfasste mich Panik. Egal, wie sie ausfallen mochte, ich musste die Wahrheit herausfinden. Als ich die Treppe herunterkam, stand die Tür zum Wohnzimmer offen und ich hörte ungewollt die Stimmen der beiden Frauen. Und danach kannte ich die Wahrheit. Du weißt, wer das vorhin war? Wer? Die Person mit dem Hund, die kam und fragte, ob ich jemand wüsste, der ihr im Garten hilft. Ah ja, aber ich habe nicht auf den Namen geachtet. Mrs. Myerson, deren Mann ermordet wurde. Wann war das? Vor vier Wochen sowas. Ermordet? Ja, Harold Myerson. Er dolcht an einem herrlichen Sonntagmorgen bei einem Spaziergang mit seinem Hund im Wald, ganz in der Nähe. Aber ich habe dir gesagt, dass ich ihn getötet habe. Ich habe ihn mit dem Glasdorch erstochen. Ich habe es dir gesagt. Mein Gott. Okay, offenbar habe ich den falschen Mann umgebracht. Aber du hast mir gesagt, dass Jared Arnim dort wohnt. Du hast mir sein Haus gezeigt. Dein Fehler, nicht meiner. Es ist letztlich auch egal. Es zählt ja nicht, wen ich umgebracht habe. Es ist darum gegangen, dir meine Liebe zu beweisen. Du hast dich ja auch geirrt. Es war gar nicht der alte Penner von unten, den du getötet hast, sondern ein ganz anderer. Das passiert uns aber nicht nochmal. Das nächste Mal passen wir besser auf. Hör auf! Auf der Stelle! Halt einen dreckigen Mund! Sei still! Verzeih. Das wollte ich nicht. Verzeih mir. Es macht nichts. Doch. Ich wollte dich nicht schlagen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Auch schlagen. Ich liebe dich. es ist also wahr? Natürlich ist es wahr. Es ist alles wahr. Ich hätte nie gedacht, dass du an mir zweifelst. konzentriert. Konzentriert. Mein armer Philipp. Sei nicht traurig. Ich will nicht, dass du traurig bist. komm. Liebe mich. Liebe mich. Nein. Philipp. Ich kann nicht. Wie soll ich denn? Wie soll ich denn? Wir müssen einen Entschluss fassen. Was wir tun. Du musst von jetzt an die Wahrheit sagen. Hörst du? Ja. Was hast du gemeint, als du einmal gesagt hast, es sei nicht das erste Mal, als von der Polizei die Rede war? Dass ich schon einmal jemanden getötet habe. Mit dem anderen Dolch. Ich hatte einen Freund. Martin Hunt. Ich habe dir erzählt, der mich wegen eines anderen Mädchens verlassen hat. Es stört dich doch nicht, wenn ich davon spreche, oder? Ich hätte ihm nie auch nur einen Blick geschenkt, wenn ich geahnt hätte, dass ich dir begegnen würde. Und was war mit ihm? Philipp, wirst du mich beschützen. Du wirst mich weiterlieben, ja? Sag es, Philipp. Ich... Ja. Oh. Du bist eifersüchtig, ja? Wie herrlich. Es ist nicht nett von mir, aber ich kann es nicht ändern. Es macht mich glücklich. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich glaube dir, dass er dir nicht viel bedeutet hat. Aber ich mache mir Sorgen um dich. Was passieren wird? Verstehst du nicht? Beide Male hast du einen Gläsern Dolch benutzt. Das verbindet die eine Tat mit der anderen. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als mich selbst. Also warum sollte ich mir um mich Sorgen machen? Aber was eifersucht ist, das weiß ich gut. Wenn es je ein anderes Mädchen für dich gibt, dann bringe ich sie um. Hast du gehört? Dir könnte ich nichts antun, aber sie bringe ich um. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Und ich wusste nicht, ob ich mehr Angst vor der Polizei hatte oder vor ihr. Ach, Philipp. Ich war nicht sicher, ob du nach Hause kommen würdest. Aber ich habe dir was in den Kühlschrank gestellt. Hast du es gefunden? Danke, ja. Aber ich war nicht hungrig. Na, hallo. Du erinnerst dich doch noch an Jared? Jared? Natürlich. Wir sind uns ja vor kurzem erst über den Weg gelaufen. Wir kommen gerade von einem Picknick in Epping Forest zurück. Jared hat mich gestern angerufen und sich einen Tag freigenommen. Fast wie auf dem richtigen Land dort. Wie geht's, Philipp? Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Wo wohnen Sie in Zwilling? Na, immer noch in Buckhurst Hill, aber auf der anderen Seite der High Street, in einem kleineren Haus. Nicht weit weg vom Alten. Ich wollte es zu gern sehen. Ich bin vorbeigefahren, aber Jared meinte, es sei noch nicht so weit. Die Handwerker sind noch drin, sagt er. Ich wollte nicht, dass du die Sache mit Flora herausfindest. Dass er sie verhökert hat. Wie? Na, das glaube ich nicht. Jared? Es tut mir entsetzlich leid. Philipp hat recht. Ich wollte nicht, dass du fragst und entdeckst, dass ich sie nicht mehr habe. Das hättest du mir wirklich sagen müssen, dass du sie nicht mochtest. So ist es nicht. Bitte sieh mich nicht so vorwurfsvoll an. Er hat sie an Leute nach Chickwell verkauft. Na, ich habe sie nicht verkauft. Dann eben verschenkt. Auch nicht. Es war Pech, ein unglücklicher Zufall. Mein früheres Haus wurde versteigert, als ich noch in den Staaten war, mit Mobiliar, von dem die Statue ausdrücklich ausgenommen war. Ich hatte Anweisungen hinterlassen, aber es gab ein Durcheinander und schon war es passiert. Ich habe es versucht, aber die Leute haben sie nicht mehr rausgerückt. Deswegen habe ich nichts von mir hören lassen, Christine. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich habe dich vermisst. Tja, vorbei ist vorbei. Aber das hat ja nun hoffentlich die Luft gereinigt. Ich mache uns allen einen Tee. Flora. Mit ihr hatte alles angefangen. Was sollte sie noch länger in meinem Schrank, fragte ich mich. Und nachdem Jared gegangen war, nahm ich sie und stellte sie auf ihren alten Platz in unserem Garten. Mom konnte ich die Zusammenhänge später erklären. Aber so billig und nuttenhaft, wie sie nun dastand, hatte ich sie nicht in Erinnerung. Ich fand keinen Schlaf. Etwas, was Senta gesagt hatte, kreiste und kreiste in meinem Kopf. Ich hatte einen Freund. Martin Hand. Martin Hand? Philipp, bist du noch ganz bei Trost? Kommt zur Frühstückszeit hier angeschossen, um nach Martin Hand zu fragen. Du musst doch wissen, wer er ist. Was ist denn mit deinem Gedächtnis los? Ist er tot? Tod? Sonst noch was? Mit 25 oder wie alt er nun genau ist? Wieso soll er tot sein? Wer ist er? Rebecca nicht Freund. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber jeder wusste, dass er mit Rebecca gegangen ist. Wieso interessiert er dich überhaupt? Ich habe gehört, er sei ums Leben gekommen. Bei einem Autounfall. Nein, keine Rede davon. Das hätte ich gehört. Ah, übrigens, hat Mom vor einer halben Stunde total aufgeregt angerufen. Flora ist zurück. Wie vom Himmel gefallen. Verrückt. Ich habe sie entdeckt und dachte mir, dass ich Mom freuen würde, wenn sie sie wieder hat. Ja, warum sagst du das denn nicht? Mom hält es glatt für ein Wunder. Ich erkläre es ihr schon noch. Philipp, du bist doch nicht um die Tageszeit hier aufgetaucht, um dich nach einem Kerl zu erkundigen, den du nicht mal kennst. Oder wie? Ich hatte mich vor dem Abend dieses Tages gefürchtet. Aber schließlich fuhr ich zu Senta wie sonst auch. Nein. Ich will sie nicht sehen. Ich musste ihr beibringen, dass es aus war mit uns. Sie hatte zwei Morde begangen. Sie würde es wieder tun. Ich war sicher. Auch ohne sie je wiederzusehen, würde ich bis ans Ende meines Lebens davon gezeichnet sein. Meine Liebe zu ihr war zerstört. Das musste ich ihr sagen. Und wie stand es mit ihrer Liebe zu mir? Hallo? Was hast du gemacht, Philipp? Ich habe deinen Wagen vor dem Haus gesehen. Warum bist du wieder weggefahren? Ich konnte nicht. Warum? Das kannst du dir doch denken. Nein. Es ist aus. Und es ist besser, wenn wir uns nie wiedersehen. Wir müssen versuchen, dass wir beide wieder in unser früheres Leben zurückfinden. Ich habe kein Leben ohne dich. Wir kennen uns seit drei Monaten. Das ist nichts. Wir werden einander vergessen. Ich liebe dich, Philipp. Und du hast gesagt, du liebst mich. Ich muss dich sehen. Bitte komm. Das führt zu nichts, Senta. Leb wohl. Ja? Philipp, wir müssen uns sehen. Ich kann nicht ohne dich leben. Ist deswegen Martin. Es ist nicht erfunden, was ich sage, Philipp. Ich verspreche es. Ich habe nie mit ihm geschlafen. Er wollte mich nicht. Wir sind nur ein einziges Mal zusammen ausgegangen. Er war auf das andere Mädchen scharf. Darum geht es nicht. Deswegen hat sich die Polizei auch gar nicht bei mir blicken lassen. Es gab keine Verbindung zu ihm. Gut, Senta. Ich will nicht Schluss machen, ohne dass wir uns noch einmal gesehen haben. Es wäre feige. Du hast mein Wort darauf. Wir wollen uns lebewohl sagen. Und wenn ich dir sagen würde, dass ich es gar nicht getan habe. Dass ich alles erfunden habe. Gute Nacht. Philipp! Wer war denn das? Niemand. Ich meine, niemand, den du kennst. Es war geschäftlich. Oh. Der arme Jared hat heute Nachmittag angerufen und gefragt, ob ich abends mit ihm essen gehen würde. Ich habe Nein gesagt. Er war unglücklich. Du warst auch unglücklich, als er nichts mehr von sich hören und sehen ließ. Ja? Also, mehr wäre sicher nicht ganz das Richtige. Und Aubrey wäre auch kaum damit einverstanden. Was hat das denn mit ihr zu tun? Doch nicht ihr, um Gottes Willen. Ich spreche von meinem Freund Aubrey. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Ich habe verstanden, Audrey. Nichts da, Aubrey. Wir haben uns auf Fees Hochzeit kennengelernt. Kein Geheimnis. Ich habe es dir immer erzählt, wenn ich mit ihm ausgegangen bin. Apropos, wir wollen heiraten. Na, sowas. Hast du was dagegen? Aber, aber nein, nein. Ich freue mich für dich. Ich wollte nur hören, wie du darüber denkst. Wann soll es denn sein? Ich weiß noch nicht, mein Lieber. Übrigens, du hast etwas versäumt heute Vormittag. Die Polizei war da. Die Polizei? War die ganze Aufregung im Grunde nicht wert. Nebenan hatten sie sich in die Haare gekriegt und furchtbar geschrien und irgendein Wichtigtuer hat die Polizei gerufen. Die waren eben nur wieder weg. Aber alles hat natürlich gespannt zugesehen. Tom Lorne, ein Partner, Studio für Innenarchitektur. Ja, geht's hier. Ich möchte Mr. Wardman sprechen. Ja, Augenblick. Ein Mr. Gates. Ja. Philipp Wardman. Ja, guten Tag, Mr. Wardman. Hier spricht Sergeant Gates, Kriminalpolizei Chickwell. Ja? Wir recherchieren in Zusammenhang mit einem Diebstahl in Chickwell, wo aus einem Garten eine Statue gestohlen wurde. Nach unseren Erkenntnissen haben sie sich dort aufgehalten und wir würden uns gern einmal mit ihnen unterhalten. Zu Hause oder in ihrem Büro, wie sie wollen. Lässt sich das einrichten? Ich habe heute Vormittag bei einer Kundin in Chickwell zu tun. Ja, ich könnte bei Ihnen vorbeischauen. Umso besser. Vielen Dank, einstweilen. Das ist Inspektor Morris. Mr. Wardman. Um es kurz zu machen, unsere Fragen an Sie gehen auf einen recht kuriosen Zufall zurück. Ach ja? Wir sind wegen eines an sich nebensächlichen Zwischenfalls in Ihre Nachbarschaft gerufen worden. Im Verlauf der Sache entdeckte eine Kollegin eine gewisse Statue in Ihrem Garten. Ach. In der Sie die als vermisst Gemeldete aus Mrs. Meyerson's Garten zu erkennen glaubte. Zu Recht, wie sich im Weiteren herausstellte. Die genaue Beschreibung ist im Computer der Metropolitan Police enthalten. Ist sie demnach wertvoll? Mrs. Meyerson's verstorbener Mann hat auf einer Auktion 28 Pfund dafür bezahlt. Ich weiß nicht, ob Sie das wertvoll nennen wollen. Also, ich habe die Statue aus dem Garten entfernt. Gestohlen, wenn Sie so wollen. Wozu ich mich unter allerdings irrtümlichen Voraussetzungen berechtigt glaubte. Wollen Sie mich dafür belangen? Ist das Ihre Hauptsorge, Mr. Wardman? Ich verstehe nicht. Brauchen Sie ein Geständnis? Das wäre hilfreich, ja. Also, Tatsache ist, dass die Statue ursprünglich uns gehört hat. Augenblick, Sir. Ich muss mitschreiben. Ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich im Recht glaubte, als ich sie mitnahm. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie inzwischen verkauft worden war. Selbstverständlich bin ich bereit, Mrs. Meyerson zu entschädigen. Ich bezweifle, dass die Dame nach den jüngsten Ereignissen ausgerechnet um die Statue besorgt ist. Ist das dann alles? Für den Augenblick, ja. Haben Sie vor, Anzeige zu erstatten? Ich denke, nein, Sir. Das würde mir doch sehr nach Verschwendung von Zeit- und Steuergeldern aussehen. Mrs. Ripple können wir abhaken. Die ist zu guter Letzt überglücklich. Irgendwelche Anrufe? Äh, ja. Ein Mr. Morris. Wie? Hat er eine Nummer hinterlassen? Er wollte wieder anrufen. Ich habe gesagt, Sie müssten jeden Augenblick zurück sein. Mhm. Tom Law nennt Partner, Studio für Innenarchitektur. Ja, nochmal Morris. Ah ja, er ist jetzt da. Danke. Ja, hallo? Ich bin es nochmal, Inspektor Morris. Sagen Sie, haben Sie eine Freundin, Mr. Boardman? Wieso? Ein Mädchen mit langem, blonden Haar? Naja, eher silberblond. Und klein. Knapp 1,60. Ich habe keine Freundin. Ich habe dich gesehen, Philipp. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe es gefühlt. Mein Inneres hat mir gesagt, er kommt. Er hat es nicht ernst gemeint. Er kann es nicht ernst gemeint haben. Ich muss mit dir reden, Senta. Komm mit hinauf. Du wolltest mir noch bei etwas helfen, was oben gemacht werden muss. Es muss erledigt sein, bevor wir zusammenziehen. Zusammenziehen? Ich wollte es schon alleine machen, aber ich bin nicht kräftig genug. Hätte Jacob wohl dir nicht helfen können? Wir sind beide weg. Aber Sie sollen noch gar nichts davon wissen. Das müssen wir erledigt haben, bevor Sie zurückkommen. Viel Platz, nicht wahr? Es roch wie in einem unklimatisierten Metzgerladen. Nach mehreren heißen Sommertagen. Sie wandte sich zu mir um und sah mich mit Augen an, die mich an die von Flora erinnerten. So selbstversunken. Und auch wahnsinnig. Es ist hier. In dem Wandschrank, den sie öffnete, lag etwas gegen die Rückwand gelehnt, was einmal ein lebendiger Mensch gewesen war. ein Mädchen in einem grünen Niki-Trainingsanzug. Ich hatte Rebecca Neve gefunden. Nein! Komm mit. Wir können hier nicht bleiben. Das brauchen wir ja nicht. Wir schaffen sie runter. Und später, wenn es dunkel ist, in deinen Wagen. Halt den Mund! Herr mir zu, Senta. Die Polizei weiß Bescheid. Was? Durch Zufall. Es war keine Absicht. Aber sie sind bestimmt jeden Augenblick hier. Was sagst du da, Philipp? Es hat mit Flora zu tun. Jemand muss uns zusammen beobachtet haben. Und später wieder, als du... Ich bringe dich weg. Komm! Ich will nicht weg! Wohin denn? Ich will nirgends sein ohne dich. Du liebst mich doch. Ja. Ja. Ich wusste nicht mehr, ob ich in diesem Moment log oder die Wahrheit sagte. Sind Sie es? Ja. Kommen Sie mich holen? Ich... Ich glaube, ja. Aber du verlässt mich nicht. Nein. Ich verlasse dich nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich mit allem, was ich habe. Ich weiß. Du... glückst nur in Kleinigkeiten. Sie schmickte sich an mich und ich hielt sie fest. Woran wir uns in schlimmen Augenblicken so erinnern. Als ich die Statue aus dem Garten mitnahm, dachte ich, mit einem Polizeiwagen werden Sie ja nicht gleich kommen, wenn Sie es herausfinden. Aber wegen sowas natürlich schon. Oh ja. Wegen sowas schon. Das, meine Damen und Herren, war der letzte Teil des zweiteiligen Kriminalhörspiels Die Brautjungfer von Ruth Randall. Es sprachen Philipp Wartman, Benjamin Reding, Santa, Anna Schuth, Christine Wartman, Hille Darius, Fee Wartman, Christine Schönfeld, Jared Arnhem, Peter Fricke, Darren, Markus Hoffmann. Ferner wirkten mit Edith Abels, Katrin Becker, Klaus Beusen, Hans-Jürgen Gert, Hans-Jörg Krumpholz, Tessi Kuhls, Barbara Stoll und Georg Zeles. Technische Realisation Karl-Heinz Stoll und Waltraud Gruber. Regieassistenz Maria Omer. Die Regie hatte Otto Düden. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996. 96.